Ich liebe Ecke. Ja, wo die Liebe hinfällt. Ich bin begeistert von euch. Challenge erfüllt, Kuchen gebacken. Eine Basketball-Karriere am Tiefpunkt. John Bryant vereinslos, die Zukunft offen. Keine einfache Zeit für den 2,11-Mann aus Kalifornien. Jetzt ist es schwer, weil das Unknowledge ist schwierig. Aber ich denke, es wird jetzt das Schlimmste bevor das Licht sein. Das wird hier in der Zukunft. Ich freue mich darauf. Er kam, glaube ich, mit 140 Kilo nach München als MVP, zweimaliger MVP in Ulm gewesen. Die Mannschaft getragen, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv eine Top-Leistung gebracht. Im ersten Jahr 140 Kilo. Alle hatten große Augen. Im zweiten Jahr mit 123 Kilo gekommen. Es hat sich schon was getan. Er hat es verstanden. Es tut weh, so etwas zu sehen. Er hat so viel Potenzial als Basketballer, als Kerl auch. Es ist schade. Es tut mir im Herzen weh, weil ich weiß, was er für ein guter Kerl ist und wie sehr er Basketball liebt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.